Hoi miteinander! Was geht's Schönes, als wir so einen lauschenden, schönen Sommertag an einer Bar ein kühles Getränk holen? Hoi, Leute! Heute helfe ich einem Kollegen aus und bin auch noch selber Barkeeper. Hoi miteinander! So! Aber für einen echten Volksmusikant ist das natürlich absolut gar kein Problem. Grüß dich, ich würde gerne ein bisschen stehen. Moment! Es ist Zeit für... Hoi, die Gätsche! Oh, gut! Hoodie-Gadget muss ich vielleicht schnell erklären. Hoodie steht für Hoodie-Gägele und Gadget steht für Dings-Bums. Egal. Hauptsache funktioniert. Alles was dazu braucht, ist die Handorgel. Ich hätte gerne ein Glas Rotwein. Kein Problem. Griechischer Wein! Und jetzt musst du schauen. Schön! Haha! Das ist Musik, gell? Für die nette Dame. Prost! Schönen Tag! Zum Wohl! Hoi! Was willst du trinken? Tequila! Tequila! Prost! Schönen Tag! Hoi! Wo willst du saufen? Kaffee fertig bitte? Kaffee fertig! Kaffee fertig! Kein Problem! Es geht wie am Pisten an! La 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 la! Schön! Kaffee da! Wunderbar! Kaffee fertig! Kaffee fertig! Prost! Guten Tag, gell? Hoi! 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 Niemand muss einen Dollar zahlen, gell? Hast du gesehen? 10,75 Dollar! Zahlen hier! Hehehe! Hoi! Was hättest du denn du gegeben? Schnitzelbommer! 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 Wir haben vier opend!